Es kommt ein neuer Lebensabschnitt, die Trennung habe ich durch, die Kinder sind aus dem Haus, jetzt möchte ich wieder in den Beruf einsteigen. Aber was passt eigentlich für mich? Ja, jetzt werde ich 55. Was soll ich? Jetzt habe ich eigentlich immer durchgeschafft und eigentlich möchte ich mal das Leben ein bisschen anders gestalten. Ja, wie mache ich das am besten? Soll ich auch studieren? Ich weiss einfach nicht was. Meine Eltern wollen sowieso, dass sie irgendwie etwas anderes machen und ich würde einfach gerne mal herausfinden, wo eigentlich meine Fähigkeiten sind und meine Stärken. Eigentlich muss ich gar nicht wissen, was die alle denken, denn die Hände sprechen für sich. Anschauen allein genügt nicht. Man muss die Hände anfassen, denn das Gefühl über die Beweglichkeit der Hände beinhalten jene wichtigen Informationen, die ein Bild oder Abdruck der Hand nicht liefern kann. Was meine Hände mir verraten haben, gibt mir Zuversicht und Vertrauen, meine Entscheidungen durchzusetzen und meinen Weg zu gehen. Die Handlinien selbst liefern tiefgründige Informationen und Erkenntnisse und beantworten allein dadurch die meisten Fragen. Es hat mir so viel Klarheit gebracht. Ich habe den Wiedereinstieg ins Berufsleben gefunden und ich weiss jetzt genau, wo es durchgeht. Für alle weiteren Schritte nehme ich gerne das Coaching bei Terrice Simone in Anspruch. Handlinien verändern sich ständig im Lebensverlauf und weil das so ist, kann man beim Handlesen immer den aktuellen Status mit den momentan am stärksten ausgeprägten Charaktereigenschaften und persönlichen Begabungen herauslesen. Also ich bin ein sehr neugieriger Mensch und ich muss sagen, das Handlesen hat mir sehr viel gebracht und ich bin überzeugt, dass ich mein weiteres Leben richtig in Angriff nehmen kann. Dank dem Handlesen habe ich jetzt bestätigt bekommen, dass ich die neue Führungsposition übernehmen kann. Und die Bachblüten von Frau Simone haben meinen Mut verstärkt, dass ich jetzt den Weg gehen kann. Eine Handanalyse verschafft ein ganzheitliches Bild vom Mensch. Die erweiterte Sichtweise ermöglicht ihm, seine Lebenssituation zu verbessern und die Zukunft nach seinen Vorstellungen zu gestalten. Gleich chewbete! you Untertitelung des ZDF, 2020